Musik 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 Baustellung Pan Tees Tschüss! Das war's für heute! Ich bin hierhin, denn ich bin so alt. Ja, du bist so alt, aber... Also, du bist Michelin Baby, gell? Jo. Okay, Schätzchen, werden wir einen kleinen Spaziergang machen? Ich wollte meine beste Freundin an dich abarbeiten. Okay, den kannst du auch machen. Aber ich will zuerst einen Hund kauzen. Okay, den kauzen ich für dich einen Hund. Aber zuerst will ich ihn... Ich will ihn morgen kaufen, weil... Ich hab heute keine Zeit für den Hund, leider. Ich zeige, was wir haben... Ich mach jetzt dein Frühstück und den können wir gerne mal anfangen, so. Ja. So, dein Frühstück, da so. Danke! So, was jetzt? Was fangen wir als nächstes an? Danke für die schöne Tasche, Mama. Hast du mir die gekauft? Ja, die hab ich mal durchstrickst für dich. Ich bin mega schön. Wollen wir... Ich will einfach eben was kaufen. Und was denn? Ähm, ich will kaufen... Ein Pferd zum Raubsetzen. Nicht so wenig ein Pferd. Okay. Okay. Also ich geh mal gepostet. Okay, jetzt spiel ich das Pferd. Iuuu! Wie ein schönes Pferd. Danke, Mama! Oh Mama kommt nicht hin. Und das war eine Folge von der Pferd und von Ross. Die nächste Folge heißt denn Beste Freunde Okay und dann Das war die Campshow Nächstes Mal ist Freundeshow Tschüss Ich bin auch noch dabei Tschüss Musik 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 Musik